The best, even better. Das ist der Spruch, mit dem sich die Stimulation Pro X3 angekündigt hat. Ob die Pfeife besser als ihr Vorgänger ist, ob die Pfeife besser als ihre Konkurrenz ist, das gucken wir uns heute im Review an. Ich konnte die Pfeife jetzt ein paar Tage testen und kann euch noch vorm Release meine Meinung dazu mitteilen. Bis zum nächsten Mal. Es ist ja gar nicht so lange her, dass die Stimulation Pro X Prime rauskam. Die zweite Generation der Prime Pro X, die sich jetzt aber der Namensgebung angepasst hat. Die Pro X Mini haben wir schon eine ganze Weile, aber bei der Pro X Mini fehlen einige Feature, die die Pro X Prime dann auf jeden Fall dabei hatte. Und das waren sogar so viele, dass die Generation 2, der Pro X, ein bisschen alter dagegen aussah. Es hat viele gewundert, dass Stimulation schon mit der Pro X3 am Start ist, aber ich finde es macht irgendwo nur Sinn, natürlich auch in seinem Top-Modell, alle Feature oder sogar noch mehr Feature als in dem Midrange-Modell zu haben. Welche das sind, was die können, gucken wir uns heute alles an. Erstmal aber ein paar Daten und Fakten. Und da müssen wir erstmal ein klein bisschen in den sauren Apfel beißen, wobei ich euch den vielleicht ein kleines bisschen versüßen kann. Es geht um den Preis. Die Stimulation Pro X3 ist vorbestellbar für 399 Euro, da hat man aber den Cooling-Adapter schon mit drin. Der reguläre Preis wird 389 Euro für die Basis-Variante sein. Natürlich kann man dann noch ein X-Blow-Off dazu kaufen, man kann ein X-Blow-Off Plus dazu kaufen, man kann den Cooling-Adapter dazu kaufen und man kann sich noch weitere Sleeves und natürlich auch Bowls dazu kaufen. Es gibt übrigens wieder 7 Sleeves und 7 verschiedene Bowlfarben, aus denen man wählen kann. Aber in der Basis-Variante startet die Pfeife bei 390 Euro. Und das ist natürlich ein scheiß Haufen an Geld. Auf der anderen Seite ist Stimulation, wie ihr bestimmt wisst, made in Germany. Und in Deutschland ist der Edelstahlpreis extrem gestiegen. Das Fertigen von Pfeifen in Deutschland ist so teuer wie noch nie. Und wenn man sich den Preisanstieg da anguckt, dann können wir eigentlich froh sein, dass Stimulation nur 10 Euro im Vergleich zu der Pro X2 hochgegangen ist. Wenn ihr den Edelstahlpreis und Co. mitgegeben hätten, wären wir dabei deutlich mehr Geld. Das Zubehör kostet übrigens für die Carbon-Sleeves 30 Euro, die Epoxy-Sleeves 35 Euro. Der X-Blow-Off-Adapter kostet 55 Euro für die Carbon-Variante, also mit einem Carbon-Sleeve dabei. Möchte man einen Epoxy-Sleeve, kostet der 60 Euro. Wenn man auch noch den Teller, also den X-Blow-Off Plus, dabei haben möchte, dann muss man noch ein bisschen tiefer in seine Tasche greifen. Dann kostet die Basis-Variante mit einem Carbon-Sleeve 65 Euro und mit einem Epoxy-Sleeve sogar 70 Euro. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, weil auch bei Aeon muss man sich die Invert-Säule dazu kaufen. Die kostet nochmal ein Fuffi, eventuell noch andere Blow-Offs. Die kosten dann auch jeweils nochmal ein Zwanni. Es wäre natürlich irgendwie schön, wenn das immer ein Komplettset wäre. Auf der anderen Seite wollen das vielleicht einige Leute nicht und können so die Basis-Variante der Pfeife ein bisschen günstiger bekommen. Auf jeden Fall liegt es jetzt in eurer Hand, wie viel Zubehör und ob ihr euch überhaupt Zubehör holen wollt. Der Cooling-Diffusor, den es ja schon deutlich länger gab, hat 50 Euro gekostet. Jetzt kommt aber der Cooling-Adapter. Das ist dieses kleine Stück hier an der Pfeife und der kostet immerhin 10 Euro weniger und damit 40 Euro. Es ist halt ein absolutes Luxus-Segment. Es ist made in Germany und hier ist die meiste Technik drin, die man in eine Pfeife reinpacken kann. Aber ich hoffe, wir haben uns jetzt nach den Preisen beruhigt und jetzt gucken wir uns mal an, was wir für das ganze Geld bekommen. Wie immer bei den Reviews arbeiten wir uns da anhand verschiedener Kategorien entlang. Fangen wir mit Punkt 1 an, Verarbeitung, Qualität und Materialien. Und wie in meinen letzten Stimulation-Videos kann ich auch hier wieder sagen, dadurch, dass wir V2er Edelstahl made in Germany, gefertigt in Germany, versendet in Germany, also ist alles made in Germany, bis auf die Bowl. Die kommt aus Polen, aber das ist auch okay. Das Glas ist wunderbar. Ich hatte hier auch keine Luftbläschen drin oder so, also bei der Bowl wunderbar. Der Edelstahl ist hervorragend gefertigt. Ich habe es in so vielen Stimulation-Videos schon gesagt. Ich glaube, ich muss mich da auch gar nicht so oft wiederholen. Seid euch gewiss, dass die Stimulation mit die absolut beste Verarbeitung auf dem Markt hat. Die Gewinde laufen wie Butter. Es gibt keine Kratzer. Die Qualitätskontrolle ist hervorragend. Allgemein, die Materialien, wie die verarbeitet sind, wie die Gewinde laufen, wie die ganzen Schliffe ineinander passen, ist creme de la creme, Freunde. Und das sagt eigentlich auch schon alles zur Verarbeitung, Qualität und Materialien. Ich könnte da jetzt noch weitere 5 Minuten irgendwelche Lobeshymnen schwingen. Das ist aber, glaube ich, verschwendete Zeit und deswegen kommen wir zu unserem nächsten Punkt auf der Liste. Das Design. Und da muss ich wie immer auch vorneweg sagen, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und so müsst ihr eben auch bei der Pfeife wissen, findet ihr die schön oder eben nicht. Kann ich euch eigentlich nicht großartig was zu erzählen. Was ich cool finde, ist, dass wir so ein paar Kleinigkeiten haben, die die Pfeife auf jeden Fall von ihrem Vorgänger unterscheidet. Das sind eben diese Rillen, die hier überall reingefräst wurden. Da fängt sich auch sehr, sehr schön das Licht drin. Das sieht immer ganz cool aus. Also die glänzen dann einfach so ein kleines bisschen mehr. Das zieht sich von der Base über das Taucher und auch über die Rauchsäule, also durch die komplette Pfeife. Ist ganz cool, sieht schön aus, unterscheidet die Pfeife direkt von ihrem Vorgänger. Also wenn man die Pfeife anguckt, muss man nur einmal hingucken und dann weiß man, dass das die Pro X3 ist. Allgemein für mich, wie auch bei den letzten Stimulations, die rausgekommen sind, immer eine sehr klare, kühle, überlegte, aber schöne Form. Die sind nicht verspielt, die sind nicht irgendwie over the top. Das ist hier kein Kirmestuning. Die sind einfach simpel und schön. Das ist zumindest meine Meinung zu der Stimulation Pro X3. Wie gesagt, müsst ihr selber wissen. Noch eine andere kleine Anmerkung. Wenn euch dieses Video hier gefällt und ihr die Arbeit wertschätzt, die in diese Videos reinfließt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr unter dem Video einmal auf Abonnieren klickt, vielleicht noch einen Daumen nach oben oder gar einen Kommentar da lasst mit Cinematics waren cool, das war geil, weiß ich nicht, was euch gefallen hat. Oder auch wenn ihr sagt, das würde ich mir noch wünschen bei so einem Review, dann schreibt mir das auch gerne drunter. Kritik kann uns nur weiterbringen. Aber dickes Danke an jeden Abonnenten von dem Kanal, der das Ding hier am Laufen hält. So, kommen wir zum Rauchverhalten. Und da haben wir halt wie so oft super viele Feature in dieser Pfeife, die das Ganze ein bisschen beeinflussen. Es gibt alte Feature, die überarbeitet wurden und es gibt komplett neue Feature. Eine Sache, um mal ganz oben bei der Pfeife anzufangen, ist ein geriffelter Kopfadapter. Der hat nur so ganz leicht Rillen drin. Man sieht die erstmal kaum beim ersten Hingucken, aber man spürt sie vor allem, wenn man mit der Hand über den Adapter geht. Und das ist geil, weil unsere Dichtungen besser halten. Und wenn unsere Dichtungen besser halten, dann halten auch unsere Köpfe besser. Und das ist wichtig, weil da halt 500 Grad heiße Kohle drin liegt und die möchte keiner auf seinem Teppich haben. Dann eine Sache, die basically übernommen wurde von den Vorgängern und einfach ein Markenzeichen von Stimulation ist. Das muss in einer Stimulation Pfeife mit drin sein. Wir haben das Steam Click 360. Das ist ein sehr wilder Marketingname für ein sehr einfaches, aber sehr cooles Feature. Und zwar hat die Stimulation kein Gewinde wie viele andere Pfeifen, sondern hier den Steam Click 360 Verschluss eben. Das heißt, man kann hier runterziehen und jetzt die Rauchsäule rausziehen. Man kann aber auch trotzdem noch hier jetzt einfach an der Base drehen. Das heißt, wenn man irgendwie den Schlauch mal in eine andere Richtung hängen will, dann kann man einfach hier ein bisschen an der Base drehen und schon hängt der Schlauch nach da drüben ab. Ist auch ganz cool, wenn man mal am Schlauch hängen bleibt, dann fliegt einem vielleicht nicht gleich die ganze Pfeife durch die Gegend, sondern vielleicht dreht sich das einfach nur ein kleines Stückchen und dann ist hoffentlich wieder gut. So, nächstes Feature. Ein ganz, ganz wichtiges Feature, um genau zu sein, das auch nochmal überarbeitet wurde und jetzt noch besser funktioniert als vorher. Das Stimulation Purge Pro System. Wieder ein sehr ausgeklügelter Marketingname für ein hervorragendes Feature, das man ganz einfach beschreiben kann. Alle können auspusten, ohne eine Kugel rauszunehmen. Das heißt, ich kann jetzt meinen Schlauch von hier nach hier hängen. Alle können rauchen, ohne dass man den Schlauch zuhalten muss und trotzdem können alle entlüften mit den Fancy Blow-Offs, die die Stimulation hat. Und das ist ein Feature, was nur zwei Pfeifen auf dem Markt haben, beziehungsweise die Pro X-Reihe hat das und die Aeon Edition Premium, also Aeon Edition 4 Premium. Jetzt ist es aber so, dass die Aeon Edition 4 Premium leider 2019 rausgekommen ist, beziehungsweise war das 2019 schon cool, aber 2019 sind halt auch schon ein paar Tage her. Und Stimulation hat dieses System mittlerweile so krass verbessert, dass es wirklich unglaublich gut funktioniert. Das ist mein einziger Kritikpunkt, den ich an der Pfeife habe. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, negativ. Und zwar, je höher man die Pfeife aufbaut. Das heißt, wir haben hier die Base, da habe ich den Cooling-Adapter drauf, dann habe ich den X-Blow-Off-Adapter drauf und oben habe ich auch noch den Teller drauf. Jedes Stück, was man dazu baut, addiert ein wenig Widerstand, den das Perch Pro System zurückhalten muss. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Part sehr, sehr gut. Das heißt, wenn man ohne den Cooling-Adapter raucht und wenn man ohne den X-Blow-Off-Adapter raucht, passiert es nicht, dass Rauch aus den Anschlüssen rauskommt. Wenn ich hier jetzt aufmache, also man kann die halt verstellen, da kommen wir gleich noch zu, wenn ich den jetzt aufmache und richtig reinpuste, dann wird hier Rauch rauskommen. Und das passiert auch, wenn hier ein Schlauch dran ist. Das heißt, wenn ihr raucht, euer Kumpel hat hier den Schlauch dran, ihr pustet rein, kommt aus seinem Mundstück Rauch raus. Ich muss nochmal dazu sagen, das Perch Pro ist das beste System in seiner Kategorie, aber es ist immer noch nicht zu 100% perfekt. Es ist schon verdammt nah rangekommen und nochmal deutlich besser als bei der Pro X2. Aber man kann es trotzdem schaffen, es ein bisschen auszutricksen, sage ich mal. Und da seht ihr es. Ich habe jetzt halt auch die maximale Höhe. In dem Cooling-Adapter ist eine Membran drin, die fügt nochmal Widerstand hinzu. Der längere Weg durch die Verlängerung vom X-Blow-Off fügt nochmal ein bisschen Widerstand hinzu. Und auch der Blow-Off nach oben fügt nochmal ein bisschen Widerstand hinzu. Und erst dann, wenn alle diese Punkte gegeben sind, funktioniert das Perch Pro nicht mehr absolut perfekt, hat aber trotzdem meinen Spaß an der Pfeife nicht gemindert. Und ein kleines Detail muss ich Stimulation ja auch noch für die Pro X4 aufheben, um da auch noch was verbessern zu können. Aber es ist wirklich verdammt gut, würde man diese Teile weglassen, falls man die nicht benutzen will. Also der Cooling-Adapter hat bei mir meistens schon gereicht, dass das nicht mehr passiert. Wie gesagt, da ist eben nochmal eine extra Membran drin und ich erkläre euch auch gleich noch, was dieses Teil macht. Mit dem X-Blow-Off ist es ab und zu passiert. Je höher man den Blow-Off setzt, umso häufiger kann das passieren. Alles in allem, Perch Pro trotzdem ein hervorragendes System, das Beste in seiner Klasse und ein geniales Feature, dass man mit mehreren Leuten an einer Pfeife rauchen kann und trotzdem alle entlüften können für einen schönen Blow-Off, ohne dass man da sitzt und irgendwie seinen Schlauch zu halten muss, wie es normalerweise bei 4-Schlauchpfeifen ist. Speaking of normalerweise bei 4-Schlauchpfeifen. Der größte Nachteil von 4-Schlauchpfeifen ist für mich persönlich immer der Durchzug. Und damit kommen wir auch genau zu diesem. Je mehr Systeme zwischen euch und dem Ziehen am Kopf liegen, umso schwieriger wird der Durchzug. Das ist bei einer normalen 4-Schlauchpfeife einfach die Kugel, die im Adapter liegt, die ihr braucht, um eben nicht zuhalten zu müssen, wenn euer Kollege an der Pfeife zieht. Das geht aber bei der Edition 4 Premium und bei der Pro X-Reihe noch einen Schritt weiter. Und zwar haben wir sozusagen ein doppeltes Rückschlagventil, Perch Pro System, das das eben verhindert. Das Problem war aber auch, dass bis heute diese Systeme immer verhindert haben, dass man einen gescheiten Durchzug hat. Und das war auch immer der Grund, warum ich gesagt habe, wenn euch Durchzug wichtig ist, nehmt nicht die Pro X2, nehmt lieber die Edition 4 Premium von Aeon. Und das ist heute Geschichte. Die Edition 4 Premium ist immer noch ein müh besser als die Pro X3 von Stimulation. Aber so geringfügig, dass ich sage, die Stimulation hat so viel mehr Feature, das ist meine Empfehlung, wenn jemand sagt, ich will eine 4 Schlauchpfeife, bei der alle entlüften können. Dann habe ich nur eine Pfeife, die ich euch aktuell empfehle. Und das ist die Pro X3, weil der Durchzug jetzt wirklich in Ordnung ist. Der ist nicht so geil wie bei einer 1 Schlauchpfeife. Das geht aber auch einfach nicht. Für das, was die Pfeife ist und für das, was die Pfeife kann, ist der Durchzug sehr gut. Auf meiner Skala von 0 bis 10 kriegt er trotzdem nur 6,5 bis 7,5. Sagen wir einfach 7. Nee, 6,5 bis 7. Also irgendwas dazwischen. Der kriegt 6,7853. Das ist jetzt kein geiler Durchzug. Aber again, für das, was die Pfeife ist, ist das ein geiler Durchzug. Viel besser wird es nicht. Und vor allem müsstet ihr, wenn ihr von der 6,785, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, wenn ihr von der Zahl auf die 7 wollt, weil ihr die Edition 4 Premium nehmt, dann müsst ihr auf verdammt viele Feature verzichten, die die Pro X3 eben hat. Und das wäre es mir nicht wert. Aber wir haben noch mehr Feature, Freunde. Wir machen weiter. Und genau all diese beschriebenen Feature fasst Stimulation wieder in einem Marketing Term zusammen. Und zwar das Stimulation High Flow System. Der Durchzug wurde um 25% verbessert gegenüber seinem Vorgänger. Und die 25% machen für mich die Welt aus. By the way, ist das High Flow System auch eins der Systeme, das nicht in der Pro X2 war, dann aber in der Pro X Prime kam und sozusagen in der größten Serie gefehlt hat. Und das macht Stimulation damit wieder richtig. Und wir haben es auch in der Pro X Reihe. The best, even better. Zwischendrin noch eine kleine Anmerkung, Freunde. Falls ihr euch die Pfeife kaufen möchtet, dann könnt ihr sehr, sehr gerne mit dem Code SWG bei Stimulation noch 40 Euro an kostenlosem Zubehör bekommen. Das ist einmal ein Schlauch und ein Konus One Mundstück. Das ist ein richtiger Edelstahlklopper, also ein wirklich massives Mundstück. Das Mundstück kostet nochmal 30 Euro und der Schlauch nochmal ein 10er. Ich habe jetzt hier die Carbon Variante, finde ich auch sehr schön. Aber die Konus Variante ist auch nice. Und wenn ihr Code SWG bei euch im Warenkorb noch eingibt, wenn ihr die Pfeife bestellt, kriegt ihr das kostenlos dazu. Plus ihr supportet den Kanal noch damit. Also da dicker Kuss an jeden, der den Code beim Bestellen von seiner Pro X3 benutzt. Oder jeder anderen Stimulation Pfeife. Was wir auch noch an Bord haben, ist natürlich wieder das DipTube System. Das heißt, wir haben ein ausziehbares Tauchrohr. Das hat nicht mehr 9 Stufen wie vorher, sondern jetzt 10 Stufen. Ob die 10. Stufe irgendjemanden deutlich glücklicher macht als die 9. Stufe, weiß ich nicht. Sind 10 besser als 9 mit Sicherheit. Haben ist immer besser als brauchen. Jedenfalls kann man das Tauchrohr eben ausziehen oder verkürzen. Das ist ein cooles Feature. Falls man mal ein bisschen zu wenig oder zu viel Wasser drin hat, dann kann man das einfach ein bisschen anpassen. Und schon läuft das wieder. Auf der anderen Seite ermöglicht das, dass man mit einem relativ hohen Wasserstand immer noch sehr geil rauchen kann. Ich mag das sehr gerne, weil das das Bowl-Volumen kleiner macht. Und das fühlt sich für mich ein bisschen besser an. Wer das aber nicht mag, der kann es einfach lang machen. Man kann es einstellen, wie man möchte. Und das ist ein sehr geiles Feature. Und wo wir gerade beim Tauchrohr sind, den Diffusor konnte man zwar schon immer abmachen, aber jetzt kann man ihn abmachen und es sieht nicht kacke aus. Vorher war da immer so ein kleiner Pinöpel, weil das praktisch außen saß. Und man hat halt gesehen, dass da so eine Vorrichtung ist, wo eigentlich noch was dran soll, aber dann nichts dran war. Bei der Pro X3 wurde auch das verbessert und das Tauchrohr sieht jetzt auch schön und gleichmäßig aus, auch wenn man den Diffusor abnimmt. Und wo wir beim Diffusor sind, können wir direkt zum nächsten Feature kommen. Denn der Diffusor hat jetzt unten eine Schwimmerkugel drinne. Diese verhindert, dass wenn man reinpustet, Wasser ins Tauchrohr aufsteigen kann. Das ist euch vielleicht schon mal passiert. Ihr habt Pfeife geraucht, ein Kumpel pustet rein wie bekloppt und auf einmal hört ihr nur ein und der Typ hat Wasser in den Kopf gedrückt und damit war es das für das Köpfchen. Das kann mit dieser kleinen, einfachen, aber genialen Lösung von Kugel unter dem Tauchrohr verhindert werden. Und genau das hat Stimulation gemacht. Ein Problem, was ich persönlich selten hatte, aber einfach Sinn macht. Selbst wenn das nur eine kleine Anzahl an Leuten ist, bei denen sowas passiert, sind die immer noch besser dran, wenn sie die Pro X3 haben. Kleines Feature, genial gedacht, genial gemacht. Ich wäre nicht drauf gekommen, ist aber sehr nice, dass es mit drin ist. Außerdem verhindert das auch, dass der Wasserstand beim Pusten deutlich schwankt, weil er nirgendwo hin kann. Der einzige Weg für den Überdruck in der Bowl beim Entlüften auszuweichen, ist über das Blow-Off beziehungsweise über die Schlauchanschlüssel. Ist auch eine coole Kleinigkeit, sorgt für ein etwas smootheres Anziehverhalten. Um die Feature-Liste komplett zu machen, können wir noch mal kurz auf den X-Blow-Off-Adapter eingehen beziehungsweise auch auf den X-Blow-Off-Plus-Adapter. Den X-Blow-Off kennen wir schon. Wir haben den bei der Pro X Mini, wir haben den bei der Pro X Prime, wir haben den bei der Pro X 2. Guckt euch sehr gerne die Videos dazu an, wenn ihr noch ausführlich was über den X-Blow-Off-Adapter hören wollt. Um das kurz zusammenzufassen. Der X-Blow-Off-Adapter sind diese zwei Ringe hier. Ein Sleeve ist im Set mit drin und eine Verlängerung, die ihr braucht, damit das Sleeve passt. Dann könnt ihr hier unten an diesem Adapter und hier oben an diesem Adapter vier verschiedene Optionen einstellen. Hoch, runter, Seite, aus. Aus und aus würde nichts ergeben. Das heißt, wir haben nicht 16 Optionen, sondern eben 15. 15 Blow-Offs reicht aber anscheinend nicht. Wir wollen anscheinend mehr. Denkt zumindest Stimulation. Und was sie da hinzugefügt haben, ist auch wirklich cool. Und zwar ist das der X-Blow-Off-Plus. Das Plus steht für den Teller. Und der Teller kann oben nochmal zusätzlich an- und ausgeschaltet werden, einfach, indem man da dran dreht. Das heißt, wieder kein Umbauen, sondern ein einfaches Umstellen, während man raucht und man kann den Blow-Off verändern. Und das sieht cool aus. Teller-Blow-Off blende ich euch auf jeden Fall nebenbei ein. Da seht ihr das Ganze noch. Plus, man kann natürlich auch den Teller-Blow-Off wieder mit den anderen X-Blow-Off-Varianten kombinieren. Und somit müssen wir die 15 Optionen von dem normalen Blow-Off nochmal multiplizieren mit zwei, weil wir noch zwei Kombinationsmöglichkeiten haben. Und damit kommen wir mit dem X-Blow-Off-Plus auf 30 Optionen. Das reicht aber immer noch nicht, Freunde. Wir haben nämlich noch die drei Blow-Off-Varianten, die es schon immer zu der Pro-X-Reihe gibt. Da gibt es ja Zubehör, das man eben anbauen kann. Dann kann man so entlüften. Das heißt, wir haben 33 plus natürlich noch den Standard, plus man könnte noch sagen, durch den Cooling-Adapter gibt es auch nochmal einen anderen Blow-Off. Also hätten wir noch eine Variante mehr. Und wem das nicht reicht an Blow-Offs, dem kann ich auch nicht helfen. Also für mich ist das Ding jetzt langsam mal durchgespielt, ist aber sehr geil geworden. Ebenfalls alt, aber irgendwie neu, ist der Cooling-Diffusor. Den Cooling-Diffusor könnt ihr euch auch sehr gerne nochmal das Video zu der Pro-X 2 angucken. Das war ein Diffusor, was, wie der Name es schon sagt, sitzt unten am Tauchrohr und man konnte den konfigurieren, sodass Luft beim Pusten in die Pfeife durch den Kopf geleitet wurde, was dafür gesorgt hat, dass der Kopf eben ein kleines bisschen runtergekühlt wird. Wenn das euch ab und zu passiert, dass euer Köpfchen zu heiß wird, dann ist der Cooling-Diffusor für euch was sehr, sehr Geiles. Gerade wenn man mit mehreren Leuten an der Pfeife raucht und da viel dran gezogen wird, kann das passieren, dass das mal ganz schön heiß in unterm Köpfchen wird. Das wird verhindert durch den Cooling-Diffusor. Der Cooling-Diffusor hatte aber ein Problem. Du musstest den vorher dran schrauben und dann war der dran. Außer du hast die halbe Pfeife nochmal auseinandergenommen, was unglaublich nervig war, wenn du mitten im Rauchen gemerkt hast, scheiße, jetzt ist aber zu kalt. Und das hat Stimulation wohl auch so gesehen und hat sich was anderes überlegt. Und das ist der Cooling-Adapter. Der Cooling-Adapter wird zwischen Base und Rauchsäule oder zwischen Base und X-Blow aufgeschraubt. Und das Geniale an dem Cooling-Adapter ist, dass er jetzt zugänglich ist. Das heißt, an dieser Rändelung, die wir hier drin haben, können wir einfach während dem Rauchen drehen, das Ding an- und ausmachen, aber auch komplett stufenlos zwischen den Varianten einstellen. Das heißt, nicht nur könnt ihr jetzt während dem Rauchen an- und ausmachen, ihr könnt auch noch sagen, oh, das ist ein bisschen zu viel, aber ein bisschen kühlen will ich trotzdem noch. Und das funktioniert. Sehr genial, finde ich tausendmal besser als den Cooling-Diffusor. Der war auch schon extrem cool zu seiner Zeit, aber das ist Cooling-Diffusor 2.0 für mich bzw. Diffusor stimmt halt nicht mehr. Cooling-Adapter. Aber für mich die wirklich deutlich bessere Lösung für ein noch besseres Ergebnis bei mehr Möglichkeiten. Ja, Freunde, und all das zusammen, das neue Tauchrohr, der neue Diffusor, das High-Floor-System. Übrigens, man kann ja den Durchzug anstellen an den Adaptern und auch das wurde jetzt gemacht wie bei der Pro X-Prime, sodass es unten ein Halbmond ist, was A, mehr Durchzug bringt und B, kann Wasser, das vielleicht im Anschluss ist, wieder ablaufen. Wir haben den Cooling-Adapter. Das Perch Pro wurde überarbeitet. Der X-Blow-Off wurde überarbeitet bzw. erweitert noch mit der Plus-Variante. Und, 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 und. Die ganzen Feature, die ich euch eben aufgezählt habe, zusammen in diesem Paket, um jetzt den kompletten Bogen zum Anfang zu spannen. Stimulation sagt, the best, even better. Und da kann ich sagen, für mich diese Pfeife in ihrer Kategorie wirklich the best und auch wirklich better als ihr Vorgänger. Von daher ist das auf jeden Fall richtig. Jetzt bleibt noch die eine Frage. Für wen ist das Ding? Und ich denke, die Leute, die das brauchen, werden das auf jeden Fall direkt wissen. Wenn ihr häufig mit mehreren Leuten an einer Pfeife raucht, ihr dabei entlüften können wollt und wenn euch das wichtig ist, dann ist das eure Pfeife. Dann ist noch die Frage, habt ihr vielleicht die Pro X2? Sollte man die verkaufen, sollte man upgraden? Sehr schwierige Frage, Freunde. Ich würde versuchen, die Pro X2 zu verkaufen. Wenn ihr da noch gut Geld mitmacht, dann würde ich upgraden. Mich persönlich würde es stören, den Durchzug von der Pro X2 zu haben, wo ich jetzt weiß, wie gut der von der Pro X3 ist. Im Endeffekt müsst ihr es selber wissen, ob ihr da upgraden wollt. Aber die Pro X3, eine krasse Empfehlung, eine krasse Pfeife und ein krasses Komplettset. Und jetzt auch wieder top of the line, die Nummer 1 in ihrer Kategorie, die größte Pfeife, die beste Pfeife von Stimulation, die wir bis jetzt gesehen haben. Freunde, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Gucke ich mir sehr gerne an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Daumen nach oben oder Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG. Eure Shisha-WG. Eure Shisha-WG. Eure Shisha-WG.